Heute bei Review Lifestyle die Motorradkombi von Joule. Nur hier bekommen Sie den schnittigen Biker Zweiteiler zu einem wirklich günstigen Preis. Da bleiben keine Fragen offen. Dieser Zweiteiler strahlt Kraft und Geschwindigkeit aus. Auf der Rückseite prangt der Original Joule Racing Schriftzug. Für diesen Biker Zweiteiler wurde ein sehr stabiles, ca. 1,3 mm starkes Rinsleder verwendet. Die gesamte Lederkombi ist in einem sportlichen und auffälligen Design gehalten. Dazu kommen zahlreiche Sicherheitsmerkmale wie Protektoren, Polster und Knieschleifer, sowie ein Rückenhöcker, der neben zusätzlicher Sicherheit auch weniger Luftwiderstand durch einen besseren Helmabschluss verspricht. Die Protektoren an Schulter, Ellenbogen, Knie und Rücken sind herausnehmbar. Die Knieschleifer verfügen über eine Klettbefestigung. Im Nacken- und Rückenbereich wurden Spezialprotektoren eingebracht, sowie Titaniumschützer an den Schultern und den Knien. An den Achselhöhlen, den Armen, der Hüfte, vor und hinter den Knien wurden verstärkte Stretch-Einsätze eingearbeitet. Das Innenfutter ist natürlich hautverträglich. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezessionen. Zum Beispiel sitzt perfekt, schaut auch gut aus und ist eine gute Qualität, was ich mir erst für diesen Preis nicht vorstellen konnte. Die Lieferung ist problemlos erfolgt. Kombi wie aus der Tabelle für meine Größe bestellt, passt genau und sitzt gut. Gute Verarbeitung und Qualität, gute Beinfreiheit. Für die Preisleistung völlig in Ordnung. Am Anfang sehr steif, aber nach etwas Eintragen sehr bequem und eine gute Alternative für den Preis zu einer teuren Markenkombi. Die Protektoren alle da, wo sie sein sollen. Bin zufrieden! Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle, so verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.